Die extra lange Geschichte mit euren Wunderhausfreunden. Es war einmal vor langer Zeit, da lernte der große Tolpatsch, das bin ich, Freunde im Land der Märchen kennen. Als erstes zwei Ritter, die zwar klein, aber sehr mutig waren. Oh, wie süß! Dann war da noch der Flötenspieler und dann eine Hexe, die gar nicht zum Fürchten war. Wollt ihr wissen, wie die Geschichte weitergeht? Wow! Ein Goofy-Märchen. Samstag, 17 Uhr auf Disney Junior. Ein Goofy-Märchen.